Also wie sie zu mir gekommen ist, war sie körperlich in einem sehr schlechten Zustand. Sie hatte mehrere offene Stellen an den Gelenken, die man noch immer sieht, aber die waren viel größer und dementsprechend hat sie dann ein Antibiotikum bekommen, damit das eben besser wird. Sie hat mehrere Tippel am ganzen Körper gehabt, wo eben dicke Eiterbeulen, die sind aufgeschnitten worden von der Tierärztin und das Eiter ist rausgequetscht worden. Sie bekommt jetzt schon seit einiger Zeit Antibiotikum und es ist wesentlich besser geworden. Sie hat wahrscheinlich ein schwächeres Immunsystem als andere Artgenossinnen, deswegen ist sie eben anfällig auf diese Bakterien, die dann in diesen Stallungen in der Massen sind. Wenn sie nicht gerettet worden wäre, wäre sie wahrscheinlich gestorben, weil diese Krankheit in ihr sehr stark drin war, diese Bakterien sehr, sehr gewütet haben. Die Entzündungswerte waren extrem hoch, die Leberwerte waren ganz schlecht. Sie wurden in der Tierärztpraxis eben mit einem Skalpell, wurden diese Eiterbeulen, die sie am Körper mehrere hat und noch immer welche hat, die aber noch weiter sich entwickeln müssen, die wurden aufgestochen und das Eiter rausgequetscht und dann ausgespült. Also es schaut ziemlich grauslich aus. Ich habe geschaut, dass sie gut ernährt wird, darauf habe ich großen Wert gelegt, dass sie eben gutes Essen bekommt, damit der Körper gestärkt ist, jeden Tag Antibiotikum geben, was bei Schweinen gar nicht so leicht ist, weil Schweine ja sehr gut schmecken und wenn ihnen irgendwas nicht schmeckt, dann spucken sie es wieder aus, das heißt sie essen es und dann plups kommt das Antibiotikum wieder raus, deswegen habe ich da aus Datteln Kügelchen geformt, wo ich das Antibiotikum vermischt habe und sie ihr dann gegeben habe und dann anderes Essen auch noch nach. Man sieht ja, wie energetisch und lebensvoll sie mittlerweile geworden ist. Sie ist jetzt ein paar Monate alt, in wenigen Monaten wäre sie jedenfalls getötet worden, geschlachtet worden. Schweine, die eben so viele Dippel am Körper haben, werden auch geschlachtet. Schöne, die ja auch mal wieder auf der Stelle hierhergeschäftet wurde, die ja nicht so viele Dippel am Körper haben, können sieht ja auch schon die Jörgeln an. Schöne, die nicht so viele Dippel am besten, sondern es ist ja sehr Excellent, wurde sich dann zur Pfingel herbebewerb und die Dippel am besten. Es ist ja auch so viel zu viel dabei, was du dieser Pfingel sehr gemütlich. Leute sagen, ich habe es mit zwei Schönen, die öftersente, die Dippel am besten zu retten, dass jeder Jörgeln die nicht so viel zufrieden ist. Ja, ich bin so viel zu viel geifizicht, ist ja nur nicht so viel zu viel von vorne, Untertitelung des ZDF, 2020